Ein kleines Wirtschaftsbüchlein, das Mut macht, das neue Wirtschaftswunder, davon redet nicht nur der Kanzler, sondern auch Philipp Gara, extra für den Mittelstand, klein und schnell zu lesen. Der Autor ist selber Spross einer Unternehmerfamilie aus dem Sauerland, gar nicht weit weg von mir, fairerweise gesagt, der da mal Microsoft gearbeitet hat. Er hat gegründet und ist jetzt sozusagen in der Beratung und hilft Mittelständlern, den Weg durch die Digitalisierung zu finden und das in aller Kürze beschreibt er in diesem Buch. Wie ist die Digitalisierung für die Unternehmen geschrieben? Ein bisschen Schwäche des Buches ist, dass er Mittelstand nicht sauber definiert. Also ich glaube, manchmal meint er doch einen etwas größeren Mittelstand, wenn er von all dem redet, was schon da ist an Digitalisierungsleistung. Und er biedert sich manchmal doch sehr an, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich, aber das in Kleinigkeiten unterm Strich ein gelungenes Buch.